Nummer ist ein Stück, die die Franzosen sagen, der Monstre sacré, also die heilige Kuh. Und Norma gehört zu den Stücken, wo ich eine große leidenschaftliche Verbindung immer gespürt habe. Nummer ist eine unglaublich sensible Frau. Also jemand, der extrem stark denken kann, aber auch extrem stark fühlen kann. Und diese beiden Pole bestimmen sie eigentlich als ganze Figur. Ich erzähle die Geschichte von einer Frau, die sehr lange dieses Doppelleben führt. Und das, glaube ich, führt über Jahre bei ihr hin zu einem Zustand, der sowieso grenzgängerisch ist. Und ich zeige eigentlich den Weg von einer Frau, die sowieso nah am Wahnsinn gebaut ist und wirklich auch in den Wahnsinn eintaucht. Und dann aus dieser Umnachtung sich herauslöst durch einen extremen moralischen Anspruch, den sie immer an sich stellt. Mich interessiert am meisten der Mensch auf der Bühne. Ich hatte intuitiv so ein Gefühl, dass man für Elsa van den Hever einen Raum braucht, in dem sie sich entfalten kann, wo sie nicht durch Dekoratives sich selbst reduziert, sondern eigentlich über sich hinauswächst. Was macht diese Norma in dieser Produktion so special ist, dass ich sie wirklich, ich finde sie sehr dreidimensional. Sie ist sehr emotional. Sie hat die Kraft des Weltes auf ihren Schultern für die letzten zehn Jahre, weil sie für die letzten zehn Jahre alt ist, eine liebende. Wir haben diese wilde Kreatur, sie ist wie diese Mother Earth, auf der verge von Exploding. Es ist besonders, weil es eine Herausforderung ist, und ich genieße eine Herausforderung. Eine große Rolle mit Adel Giza wird wirklich ausgewählt, von vollständig. Ich brauche Ihre Hilfe, Sie sind die einzige Person, Sie können in den Momenten helfen, Sie müssen mir helfen. So, es geht wirklich, die relationship evolve. Und natürlich, dass alles nicht funktioniert. Ich bin von Sicilien. Und wenn ich hier in Bellini studiere, ich versuche, in meinem Land, in der Natur, die Natur, die Natur, die Galle, ist sehr interessant. Und für mich ist immer, zu hören, diese Musik, zu vorstellen, unsere Natur. Und so, ich fühle, vieles in meinem Leben, in dieser Musik. Mit DELSA, also, wir diskutieren, was über die Variation. Es war gut, eine Variation zu schaffen, mit vier R-Voices. Wir arbeiten zusammen, mit dem Piano und R. Ich bin sehr glücklich, dass diese Norma wirklich bereit ist, in dem Bellkanto-Style, für DELSA. Das Stück zeigt in erschreckender Weise, wie sehr wir Menschen ganz schnell wieder Tiere werden können. Tiere, die sich überhaupt nicht mehr kontrollieren können. Zum Glück zeigt es aber auch den Ausweg, der mit sehr viel Leid verbunden ist, wieder den Weg zum Menschsein zurückzufinden. Und das Ganze erinnert, die Associationsfreundeten zu erhalten, die mit dem Gehändel ausziehen. Wie sieht die Migration aus, Einmal kleines Su Temple,